ja servus leute und willkommen bei der mittlerweile 26 folge ja ja 26 wie ihr seht ich habe hier ein zwei blöcke dazu gesetzt noch damit das nicht ganz so kacke aussieht zwar sieht es jetzt einigermaßen synchron aus dass es zwar im ganzen ein bisschen verschoben aber es ist auch so 467 weit also es ist absicht dann wird mir immer eine fackel hin und wir machen das anders als gedacht zeige ich euch jetzt was ich damit meine lander lalala 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 so müssen wir uns beeilen dass die items nicht die spawnen schnelle keine angst ich hole sie mir zurück aber erst gleich zack 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 lalala lalala 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ja ich werfe jetzt auf jeden fall öfter einen blick auf fraps oben links ich habe nämlich keinen bock dass wieder diese kack aufnahme abschmiert ich müsste mir das so mitten in den bildschirm rein machen damit ich das nie vergesse ja es wird ja der verzauberungsraum da soll ja auch schon ein bisschen cool aussehen müsste ich dachte ich komme dann hoch und ich habe viel zu wenig gemacht naja 1 2 4 komme ich da jetzt im ernst ach ich dachte ich komme da im ernsten nicht hoch ey wie viel haben gefehlt? 4 wie viel bekomme ich da? 4? nice, 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 nice muss ich nicht nur 1 mit der Treppe wegwerfen das auch mal weg, das nervt mich da läufe ich immer gegen zack und hey zack und hüah und hüah hüah so nice das war Schritt Nummer 1 als nächstes ich weiß nicht wie viel wir brauchen und 42 viel zu viel wartet einen moment ganz ruhig meine meine hüah nice es ist nichts runter gefallen sehr gut nice ähm ja ich bin am überlegen ob ich gerade die Musik anmachen soll oder nicht Also ich denke mal, es ist nicht allzu schlimm, hoffe ich doch, dass es nicht allzu schlimm ist für euch, wenn ich die jetzt mal eine Folge lang auslasse, aber, ähm, naja, dann fängt es glaube ich an zu laggen, wenn ich die jetzt anmache. So, oder noch eine Stufe tiefer dann? Wir machen jetzt noch eins tiefer. Jawohl, nice. Nice. Ich sag das zu oft, dieses Kackwort. Mist. Geh weg, verschwinde. Warum nicht gleich so? Du da weg. Tu die weg da, tu die weg. So, jetzt einmal so, einmal so, zack. Pam, pam. Pam, 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 pam. Und, die noch hier hin. Da, 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 da. Da, 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 da. Eine Sekunde, damit wir auch mehr Level bekommen in den Verzauberungen und das nicht allzu kacke aussieht, machen wir das so. So, brauche ich aber noch viel mehr Bücherregale jetzt, du bist fertig, viel mehr, aber das Zuckerrohr müsste jetzt auch fertig sein, ja, 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 hallo, zack, 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 Nice, und Dankeschön, ja, ja, Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank, und wie viel, 55 habe ich alles, ne, natürlich nicht, 59, ja, ist eigentlich, eigentlich ganz okay, okay, habe ich noch Leder, ja, natürlich, so war das, oder? So. Lalalalalala. Lalalalalala. So, noch elf Bücher, nur, verdammt. Das ist ein Haufen Arbeit. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, zack, und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Nur fünf Stück, sieben hatte ich eben, zwei dazu, ja, dann reichen die für die nächste Säule, und die machen wir einfach, genau, so geht das jetzt überall, ja, nice. Eins, zwei, drei, vier, fünf, oder? Ja, super. Das kann auch zu gemacht werden. Ich hoffe mal, das ist nah genug. Ich glaube es ja eher nicht, aber ich kann ja unten drin noch, äh, außenrum bauen. So ist es ja nicht. Ich finde das hier dann recht cool aus, wenn man hier so reinkommt, und hier sind die Säulen oben, und dann, bam, und, bam, und, bam, und, bam, und, bam, und zack, und zack, und zack, und, bam, 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 bam Was mache ich? 38. Wir haben um 38 angefangen, jetzt haben wir 6.40. Das heißt, wir nehmen seit 8 Minuten auf. Okay, okay, alles im grünen Bereich. Alles okay. Ganz easy. Oh, wir können uns ganz viele Pfeile machen. Super. Mir gingen Pfeile nochmal. Flint und Federn. Aha, nice. Federn wieder weg. So, 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 so. Ich könnte noch mehr machen. So, lasst mich unseren nächsten Schritt überlegen. Einmal so, das da drauf. Ähm, ja, was ist der nächste Schritt? Zuck aber hier hin. Dann. Ich werde mal da unten wieder rein. Pfeile kann ich einen Stack eigentlich lagern. Dann können wir uns Bögen macht bald. So, nächster Schritt. Zack. Badam, 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 badam. Geht jetzt noch auf? Nice. Nice, nice, nice. So, jetzt mal kurz auschecken. Maximal nur 4. Nein, das ist eh nicht schlimm. Das reicht mir ja eigentlich. Denn, ich mache das ja meistens mit Büchern. Stimmt, nice. Dann sieht das da hier ganz cool aus. Kann ich hier die Eisensachen hochballern. Wenn ich schon gerade dabei bin, mache ich mir gerade noch einen Amboss. Oder haben wir schon einen Amboss gemacht? Haben wir schon einen gemacht? Haben wir, haben wir, haben wir. Jetzt ist eh zu spät. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Oh Gott, das ist zu spät. Nee, ich glaube nicht, dass, wo habe ich denn einen Amboss gemacht? Irgendwo habe ich einen gemacht. So, knallen wir den mal hier hin. Ah, nice. Ich habe eine Idee. Für das nächste Ding. Das nächste Häuslein. Sollen wir die Spitzhacke hier. Kann ich die reparieren? Wie geht das nochmal? Ging das irgendwie? 30 Dias haben wir. Nee, wie ging das denn nochmal? Gott, sorry, dass ich das gerade nicht weiß, aber Was kostet das Ding? Einen Dir. Egal. Nur weil ich es kann. So, jetzt mal ein Buch verzaubern. Auf was kann ich hier dann verzaubern? Und schauen. Nein, keine Leitherren. Du Idiot. Schutz. Schutz oder Stärke. Oh, nein, ist nichts, das ich brauche. Äh, wie war das noch gleich? Stärke. Und so kann ich mit Bögen hochballern. Schusssicher, Schutz. Äh, ich könnte ein Schutzbuch machen. Oder zwei. Schärfe. Schärfe und Schutzbuch, dann kann ich... Äh, jetzt habe ich keine Bücher mehr. Oh, ups. Entschuldigung. So, das kommt in die Lapiskiste. Habe ich noch ein Leder. Nein, verdammt. Ich habe das ganze Leder verballert. So, du kommst hier rein. Ihr kommt auch hier rein. Schutz und Schärfe. So, Eisen kommt hier rein. 38 haben wir schon jetzt. 13 Minuten sind wir am Aufnehmen. Okay. So, die Blätter kommen hier rein. Die Eimer kann ich eigentlich rein. Dann habe ich noch genug Essen. Alter, ich habe gar nicht... Ah doch, ich habe noch ein Stack. Okay. Alles gut, bleibt ruhig. Bleibt locker. Yo, easy. Spawnen wir dann als nächstes. Ich würde mal sagen... Gib mir mal Steine. Und dann... Äh... Tja, Wasser. Ich bin schneller als du. So. Fackeln. Da fackelt mir gar nicht lange. Und machen das. Und... Bam Bam. Nice. So, aber ich brauche noch mehr Fackeln. Cool, habe ich nicht dabei. Also, 4, 5, 6. Oder 5. Stimmt, brauche ich ja gar nicht das. Äh... Wie nennt man das? Crafting Table. Inventar. Crafting Dings. Bums. Blabla. Äh. Äh. Sieht das gut aus? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Hilfe. 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 So. Hier machen wir das mal. So. Oder? Und... Ich kann nicht schwimmen. So. Äh. Wie sieht das hier denn cool aus? Habe ich noch Treppen? Nein, habe ich nicht. Ich mache mal noch schnell 4 Treppen. Das reicht ja schon. Unser... Enchantment Room. Tap, tap, tap. Wuuuuh. 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 Weil das so verschoben ist. Aber egal. Es kommt noch. Wenn die Bücherregale drin sind, seht das auch. Seht das auch besser aus, ey. Sieht das auch besser aus. Ja, das nervt mich auch. Mensch. Mann, 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 Mann. Alles muss man selber machen. Alles. Immer. Zack. Also, Leute. 16 Minuten nehmen wir schon auf. Oh, Mist. Egal. Also, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wenn es euch immer gefällt. Ähm, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020